Finden Sie bis zu eine Million Fracht- und Laderaumangebote täglich auf der innovativen Frachtenbörse von Timocom. Reduzieren Sie Leerfahrten und steigern Sie Ihre Effizienz. Mehr als 53.000 Kunden vertrauen bereits auf eine der größten und führenden europäischen Frachtenbörsen. Entdecken Sie die Zukunft der Logistik. Worauf warten Sie noch? Timocom Untertitelung des ZDF für funk, 2017